Mit dieser richtigen Empfangskomitee, hier stehen alle im Gang und... Hallo, guten Tag! Hier haben wir noch ein paar Fragen geklärt. Sie haben beim Alternaturnium Kükenlotto mitgemacht. Richtig. Genau. Auf welches Ei haben Sie getippt? Unter anderem die Elf. Die Elf. Und die Elf hat ja geboren sozusagen. Ja genau, also als erstes geschlüpft. 774 andere Thüringer haben auch auf die Elf getippt. Oh, okay. Ich muss weiterfragen. Wir haben glaube ich 2 Grad draußen. Haben Sie Lust auf 30 Grad? Auf jeden Fall. Würden Sie nehmen. Selbstverständlich. Haben Sie Lust auf blaues Meer und Strand? Ja. Haben Sie Lust auf Hula Hula? Ja. Wollen Sie nachreifen? Selbstverständlich. Dann haben Sie hiermit gewonnen? Ich glaub's nicht. Okay. Freuen Sie sich? Ja. Alle freuen sich auch. Jetzt darf applaudiert werden. Komm schon. Ja. Dann machen Sie erstmal mal. Dann sind wir mal zu. Tschüss. Und sie werden. Ja. 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 Dann kommen Sie mehr. Dann gehen Sie wieder. Dann gehen Sie wieder an, Dann gehen Sie nur die예요. Vielen Dank.